Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 18. Tagesordnungspunkt 18, Beratung. Bestandsgarantie für alle Arten von Verbrennungsmotoren bis 2050. Ideologiefrei Debatte gewährleisten. Deutschen Automobilbau von Raubbau schützen. Antrag Fraktion AfD, Drucksache 19-7-2202. Einbringer ist der Abgeordnete Herr Fahle. Herr Fahle, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Als Vorwand für eine Beschleunigung der Verkehrswende dient ein drohendes Dieselfahrverbot in mindestens 90 deutschen Städten bereits ab 1. Januar 2018 auf Basis willkürlich festgelegter EU-Grenzwerte zur Senkung von Stickstoffdioxid-Emissionen und CO2-Ausstoß. Auch in Halle wurden die Grenzwerte im Laufe des Jahres 2017 überschritten. Außerdem werden deutsche Autokäufer und Autobesitzer durch die linksgrüne Diskussion über ein totales Verbot von Diesel- und Benzinfahrzeugen, schlechthin auch von Verbrennermotoren, ab 2030 verunsichert. Unter den 45,8 Millionen Pkw auf deutschen Straßen befinden sich rund 15 Millionen Fahrzeuge mit Dieselantrieb. In Sachsen-Anhalt handelt es sich um 324.000 Fahrzeuge. Den Besitzern dieser Fahrzeuge droht nun ein dramatischer und politisch induzierter Wertverlust. Erhebung der deutschen Automobiltreuhand zufolge ist der Wiederverkaufswert von Fahrzeugen mit Dieselantrieb aufgrund fortdauernder, vor allem auch medialer Diskreditierung, massiv gesunken. Es findet daher eine kalte Enteignung vieler Autobesitzer statt. Besonders betroffen sind kleine und mittelständische Unternehmen, in deren Fuhrpark sich Dieselfahrzeuge befinden. Während nämlich der relative Anteil von privaten Haltern mit Dieselfahrzeugen lediglich bei 28 Prozent liegt, setzen 67 Prozent und damit zwei Drittel der gewerblichen Halter in Deutschland auf Fahrzeuge mit Dieselantrieb. Betroffen sind also nicht nur Pendler, sondern auch Speditionen, Handwerker und Taxifahrer. Ebenfalls betroffen sind zahlreiche Gemeinden in Deutschland, deren Flotten überwiegend aus Dieselfahrzeugen bestehen. Dazu sagt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, ich zitiere, Binnen kurzer Zeit können diese Fahrzeuge nicht ausgetauscht werden. Zitat Ende. Einer Studie des IFO-Instituts zufolge gefährdet das von den Linken und Grünen sowie den Medien vielfach propagierte Verbot von Verbrennungsmotoren ca. 600.000 Arbeitsplätze. Das entspricht etwa 10 Prozent der deutschen Industriearbeitsplätze überhaupt. Auch in Sachsen-Anhalt sind 23.000 Menschen der Autozulieferindustrie beschäftigt. Diese Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Als Volkspartei und als Arbeiterpartei und Partei, die sich auch für die Familien im Arbeitermilieu und für den Mittelstand einsetzt, verstehen wir uns als Anwalt dieser Menschen, die von diesen Dieselverbotsdrohungen betroffen sind. Akut gefährdet sind laut IFO-Studie deutschlandweit 130.000 Arbeitsplätze in kleinen und mittleren Unternehmen. Diesen wird es den IFO-Forschern zufolge, ich zitiere, deutlich schwerer fallen, parallel und alternativ zur Produktion von Verbrennungsmotoren auf Produkte und Geschäftsfelder für Elektrofahrzeuge umzustellen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, E-Autos sind keine Alternative. Ersetzt werden sollen diese Autos mit Verbrennungsmotoren durch Elektromobile. Planwirtschaftlich erzeugter, sündhaft teurer Ökostrom soll dazu dienen, die hochsubventionierten Elektroautos anzutreiben, die allerdings kaum jemand kaufen und fahren will. Lediglich bei 34.000 von 45,8 Millionen zugelassenen Pkw in Deutschland handelt es sich um Elektrofahrzeuge. In Sachsen-Anhalt sind gegenwärtig nur 310 Elektrofahrzeuge gemeldet. Damit kommt ein Elektroauto auf etwa 1.000 Dieselfahrzeuge. Warum die Deutschen keine Elektroautos kaufen wollen, kann man in einem Spiegelartikel mit dem Titel Die überforderte Zukunft nachlesen. Ich zitiere, der Elektroantrieb ist technisch noch weit davon entfernt, die Funktion des universalen Mobilitätswerkzeugs einzunehmen, die der Benziner oder Diesel moderner Bauart heute beherrscht. Hinzu kommt, dass die Ökobilanz des Elektromotors weit schlechter ausfällt als die eines Verbrenners. Das beginnt mit der Herstellung der Batterie, bei der unter den derzeit herrschenden Produktionsbedingungen pro speicherbarer Kilowattstunde Strom bis zu 200 Kilogramm des Treibhausgases CO2 entstehen. Bei den derzeit verfügbaren Kapazitäten sind das zwischen 3,7 und rund 20 Tonnen. Ein moderner Diesel ist bereits 150.000 Kilometer unterwegs, bis dieser Wert erreicht ist. Zitat Ende. Die Umrüstung von Dieselfahrzeugen auf Elektrofahrzeuge im großen Stil ist in Anbetracht der Umweltbilanzen über den gesamten Produktionslebenszyklus umweltschädlich. Sie ist allerdings nicht nur umweltschädlich, sondern auch kostenintensiv. Beispiel Harzer Verkehrsbetriebe. Nach Angaben der Geschäftsführung verfügen die Harzer Verkehrsbetriebe mit 144 Bussen über die größte Fahrzeugflotte in Sachsen-Anhalt. 90 Busse fahren mit Diesel, 50 mit Erdgas. Die Anschaffungskosten für einen neuwertigen Elektrobus belaufen sich auf 500.000 bis 700.000 Euro. Zum Vergleich, Busse mit Diesel oder mit Erdgas sind noch weniger als halb so teuer wie diese Elektrobusse. Und das müssen Sie verantworten, wenn Sie solche Busse anschaffen wollen. Das geht überhaupt nicht. Dementsprechend würde eine Umrüstung der Dieselbetriebene Busse auf E-Bus in der Flotte zwischen 45 und 63 Millionen Euro kosten. Diese Umrüstungskosten sind zum Beispiel für die Harzer Verkehrsbetriebe nicht zu stemmen. Es sei denn, man erhöht die Fahrpreise ins Uferlose. Und das geht gar nicht. Beispiel Hallesche Verkehrs AG. Das Tochterunternehmen der Stadt Halle hat 37 dieselbetriebene Busse in der Flotte. Eine Umrüstung auf Elektrobusse würde zwischen 18,5 und 25,9 Millionen Euro kosten. Das Landesverwaltungsamt mit Sitz in Halle verfügt über 29 Dieselfahrzeuge. Dem Einsatz von E-Autos steht man zu Recht skeptisch gegenüber. Ich zitiere, die bislang verfügbaren Reichweiten sind mit den Aufgaben nicht vereinbar. Zitat Ende sagt die Sprecherin des Verwaltungsamtes. Außerdem seien die Fahrzeuge in der Anschaffung zu teuer. Vom Land festgelegte Höchstpreisgrenzen stehen der Anschaffung dieser E-Fahrzeuge entgegen. Ich fasse zusammen. Die hochsubventionierten Elektromobile sind teuer, haben eine geringe Reichweite, eine miserable Umweltbilanz und es mangelt an entsprechender Infrastruktur. Elektroautos sind schlichtweg ein Irrweg und sie sind auch nicht marktfähig. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der Erdgasmobilität um eine sinnvolle Ergänzung zu Diesel- und Benzingetriebenen Verbrennungsmotoren. Die Erdgas-Technologie ist nämlich im Gegensatz zur Elektromobilität marktfähig und umweltschonend. Zudem ist beim Gas die Versorgungssicherheit mindestens für die kommenden 60 Jahre gewährleistet. Und das ist nicht von mir eine Erfindung, das können Sie in der Literatur nahlesen. Dass Erdgasmobilität einen Beitrag zu einer kohärenten Verkehrsstrategie leisten kann, zeigt das angeführte Beispiel der Harzer Verkehrsbetriebe. Diese haben ja 50 Erdgasbusse in ihrer Flotte integriert und das zu Recht. Forderungen der AfD-Fraktion, doch nun zurück zur unrentablen E-Mobilität, um die Zahl von Elektroautos auf deutschen Straßen gegen jedwede Vernunft mit der Brechstange zu steigern, gehen die Energie- und Verkehrswendeideologen der Altparteien und der Industrie nun massiv gegen den Dieselantrieb und damit geben ein Herzstück der deutschen Autoindustrie vor. Tatsächlich geht es den Linken und den Grünen und ihren Protagonisten im Altparteien-System um die Umsetzung ihrer Öko-Utopie. In Wahrheit geht es Ihnen nicht darum, die Umwelt zu retten oder den Klimaschutz zu retten, sondern Sie machen sich damit zu nützlichen Idioten des Großkapitals in Deutschland, insbesondere zu den Leuten, die der Automobilindustrie besonders hohe Profite bescheren sollen. Denn es geht nämlich bei den Plänen der Neoliberalen und bei den Plänen der Automobilindustrie um ein neues Geschäftsmodell Energie- und Verkehrswende. Der relativ gesättigte europäische Markt für Automobile, und das können Sie merken, es haben viele Familien schon drei Fahrzeuge, Der gesättigte europäische Markt für Automobile soll durch die künstliche Generierung einer Nachfrage nach E-Autos zwecks Profitmaximierung neu belebt werden. Und Sie sind diejenigen, die versuchen, das ideologisch in der Gesellschaft durchzusetzen. Eine kleine Randnotiz dazu. Der Chef von Mercedes, der Chef von Mercedes, Herr Zetsche, war nicht umsonst beim grünen Parteitag, weil nämlich genau das, was Sie in der Öffentlichkeit diskutieren, das ist, was die großen Automobilkonzerne wollen. Die wollen nämlich uns zwingen, die gesamte Wirtschaft automobilmäßig umzurüsten. Und das geht hierbei um hunderte Milliarden Euro. Und die bezahlt nicht irgendwer, die werden mit dem Wohlstand unserer Gesellschaft finanziert. Und wenn diese Heuschrecken dann in der Energiewende und in der Verkehrswende erfolgreich waren, dann suchen die sich neue Profitanlagesphären und dann machen sie sich wieder zu nützlichen Idioten. Dieser Menschen, die unser Land auspowern, bis es nicht mehr weiter geht. Sehr geehrte Damen und Herren, Grundlage für diesen ganzen Irrsinn ist die Theorie vom menschengemachten Klimawandel, vom drohenden Weltuntergang. Durch CO2-Erderwärmung und Treibhausgase. Eine Theorie, die man zu Recht als Klimareligion bezeichnen kann. Eine solche Klimareligion braucht man auch, wenn man den Menschen den Wohlstandsverzicht aufoktroyieren will, wie das bei Ihnen, meine Damen und Herren, hier auf der linken Seite der Fall ist. Das lehnen wir ab. Wir wollen keine doppelt so teuren Autos. Wir wollen, dass unsere arbeitenden Menschen weiter, wenn sie als Monteure tätig sind oder als Handwerker oder sonst tätig sind, Fahrzeuge, die man sich leisten kann, anschaffen können und auf lange Sicht auch nutzen können, die eine entsprechende Reichweite haben, weil das die Grundlage unserer wirtschaftlichen Entwicklung ist. Und wir wollen keine fünfmal so teure Energie durch staatliche Planwirtschaft, als man diese Energie herstellen könnte, wenn man zum Beispiel wesentlich mehr auf die Gasbasis setzt. Sehr geehrte Damen und Herren, deswegen fordern wir nicht nur die Abwicklung der gescheiterten Energiewende, sondern auch einen sofortigen Stopp beim geplanten Einstieg in eine zum Scheitern verurteilten Verkehrswende. Meine Fraktion fordert die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für eine Bestandsgarantie aller Arten von Verbrennungsmotoren bis 2050 einzusetzen. Außerdem fordern wir die Beendigung jeglicher Benachteiligung von Verbrennungsmotoren und wenden uns gegen die Verhängung von Fahrverboten. Grundsätzlich fordern wir den Schutz der deutschen Automobilindustrie vor kurzfristigen und nicht durchdachten, klimapolitisch motivierten oder gerechtfertigten Eingriffen. Dadurch soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Automobilwirtschaft erhalten bleiben. 600.000 weniger Arbeitsplätze durch Elektromotoren in unseren Fahrzeugen, das ist das, was die Automobilindustrie will. Das ist der Sonderprofit, der hier erzielt werden soll. Und genau das dürfen wir nicht zulassen. Denn die vorhandenen Dieselflotten und Fahrzeuge können auf jeden Fall klimaverträglicher gestaltet werden, für die Luft, gegen die Luftverschmutzung in den Innenstädten nachgerüstet werden. Das ist alles kein Problem, wenn man nur das einfach auch politisch durchsetzt. Zum Schluss fordere ich dazu auf, dass auch der Druck auf die Konzerne verstärkt wird, dass die diese Dieselnachrüstung auch tatsächlich durchführen. Denn da sehe ich viel zu wenig Anstrengungen der vorhandenen Bundesregierung. Aber wie ich schon gesagt habe, die haben ja gar kein Interesse daran. Die haben kein Interesse daran, weil die den Diesel diskreditieren wollen, weil ein riesiges Geschäftsfeld auf die wartet, wenn man ihnen auf die Leimrute kriegt. Und dass das nicht passieren wird, meine Damen und Herren, dafür ist die AfD da. Vielen Dank. Herr Pfahle, Herr Philipp, Herr Pfahle, Herr Pfahle hat eine Frage. Herr Pfahle, Sie haben das Wort. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr geehrter Herr Pfahle, jetzt mal von den Verschwörungstheorien etwas weggegangen. Sie haben ja gesagt, dass das nicht wettbewerbsfähig wäre, die Elektromobilität, und dass man ja sozusagen überhaupt gar nicht daran denken könnte, sich sowas zu kaufen. Wie erklären Sie sich denn, dass die Deutsche Post erwägt, ihre komplette Fahrzeugflotte auf Elektromobilität umzustellen und dafür sogar ein eigenes Start-up-Unternehmen gekauft hat? Das ist eine große Verschwörung. Nein, Sie müssen einfach, Ihr Problem, meine Damen und Herren, ist einfach, dass Sie nicht rechnen können. Dass man den Einsatz von einigen tausend Elektrofahrzeugen, bevor, ich war schon Steuerberater, haben Sie noch nicht mal das einmal einszählen können. Wenn man, und das müssen Sie mir auch nur ausgerechnet sagen, ich habe die Lizenz, große Firmen zu prüfen, das sollten Sie nicht vergessen, ich wollte Ihnen nur mal sagen, in Nischen, gewöhnen Sie sich mal ein bisschen, in Nischen, in Nischen, in Nischen ist es möglich, Elektrofahrzeuge gegenwärtig einzusetzen, was völlig anderes ist, als wenn man diese von mir gesagten zig Millionen Fahrzeuge elektromäßig ausrüsten will und komplett aus den Verbrennermotoren aussteigen will. Das heißt, es ist sinnvoll, Fahrräder, die kann man ans Netz dann wieder aufladen, mit Elektroantrieb zu fahren. Es ist sinnvoll, Postfahrzeuge, die nicht viele Kilometer fahren, die viel stehen und da einzusetzen, also das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, da überall gibt es Nischen. Sobald Sie aber zum Beispiel als Pendler in einer normalen Arbeiterfamilie, und die Monteure müssen sehr viel pendeln und andere berufsweite Strecken fahren müssen, ist das ein absurder Unsinn. Und es ist im Übrigen auch für die Landtagsverwaltung, ich habe ja gehört, und wir haben es in dem Finanzausschuss diskutiert, da wurde ja auch über die Anschaffung von Elektrofahrzeugen diskutiert. Das ist reine Vernichtung von Steuergeldern, wenn hier in größerer Dimension Elektrofahrzeuge angeschafft werden. Das kann man dem Steuerzahler überhaupt nicht vermitteln, die stehen nämlich dann am Hof und dann fahren Sie nämlich mit den richtigen Autos unterwegs. Das ist scheinheilig. Und das ist Unsinn und das ist Irrsinn. Und deswegen haben wir auch den Antrag gestellt, weil man das nicht oft genug diskutieren kann. Ich hoffe auch, dass unsere Bundestagsfraktion dieses Thema in absehbarer Zeit ins Bundesparlament bringt. Denn hier wird der Wohlstand einer ganzen Nation aufs Spiel gesetzt. Überlegen Sie sich mal, was das kostet, wenn Sie in 10 bis 20 Jahren die Elektromotoren alle abschaffen wollen. 600.000 Arbeitslose mehr. Da machen Sie sich mal Gedanken drüber, was dann in unserem Land los ist. Vielen Dank.